Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. I told you I I told you I Your prayers and glorious eyes I can see with my spectrum eyes It's a genuine classic love Serious feelings, romantic love I don't lie I don't lie Es bleiben im Raum. Keiter, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die mein Befehl drühen ist leicht. Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprechtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblühen... Die Stadt Feiglinge, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lube hielt. Es hat mit denen nur ein bestätigen Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich noch vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Befürchtet haben sie sogar eingeladen. Ohne Befehle sind in den Wind gesprach!